Hier ist Naruto 1986, also wir kommen zuerst als Inscrued Odyssey zu Part 391 Jetzt geht's ja weiter, wo wir kommen Okay, ich muss schon kurz, ähm, Inventar Ja, komm Äh, okay Hier Nur Perfekt Ja, so Jar mand der will so mein freund ich bleibe natürlich ein bisschen drin weil ich wäre verrückt wenn ich nicht in dem bied bleiben würde also erst so kriege ich ihn wenigstens jetzt gleich so franchen komm herr nee 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 nicht mit mir franchen so ah mit pfeil und bogen krieg ich den wenigstens ich muss halt nur im gebied bleiben das bleibe ich auch so so die hälfte habe ich schon mein freund boah haft auf so so schön so ich bleibe schon im gebiet ist dann eben nicht mehr auf das ja 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 also das müssen wir noch mal so okay jetzt rags da rumgehen zigen diesen rechnen die typen das meint man ein bisschen rechnen lassen einfach nur noch auch gott schon der neuen nur na warte ach das nervt mich ich muss sagen ja viel von dem fallen wir neu kaufen hier leckt mich doch gerade am arsch hier so so wo ist der reichert? oh oh let's compete nicht für das nicht, also vergessen yes mhm Ich werde immer mein Leben heilen, das kannst du vergessen, Freundin, ich werde mich immer wieder heilen, leh. Oh, Mann. Nein! Mach doch mal das scheiß Ding hier raus, Alter. Oh, Mann, das Rage hätte ich schon wieder gut gedacht. Mhm, 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 mhm. Fertig geraged, mein Freund. Fast ausgeraged, mein Freund. Ja. Ja. So. Nein! Oh, Gott, ich hätte schon wieder neben geschossen, aber wie konntest du denn so scheiße? Komm, 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 komm. Ich will gerade mein Leben noch heilen, weil nicht, dass der hier anfängt, mich an zu ragen, der Penner. Ja, der Rage lässt mal daneben, unser Freundchen, der. Ja, der Rage lässt mal daneben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So. So. Also, ich habe den, ich habe den, ich habe den, ich habe den, ich habe den Penner fast. So. Oh, Gott. So. komm, zeig mir dein Gesichtchen es geht einfach um zu essen Oh, ich bin gespannt auf, dass der mich hier nicht vollkann erwischt hier. Du raged hier nicht mehr lange, oder? Junge, ich habe dich fast. Du raged hier nicht mehr lange. So. So. Ja, er fließt das, Alter. Oh Gott. Ja, klar! Boah, Alter, Leute, das macht keinen Spaß, so zu kämpfen gegen den macht das keinen Spaß. Wirklich, Alter. So. Okay. Machen wir das jetzt. Das ist der Fall durch den Boss. Hm. Hm. Okay. Ne, Leute, weil es ist mir jetzt nämlich sowas von schnuppe, egal gerade, weil... Dann mache ich lieber das hier. Hä? Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Hm. Was? Interessant. Ist da jemand? Äh, nein. Niemand? Warum? So, warum ist das besser? Hm. Äh, wisst ihr was? Wartet mal, wartet mal, nein, 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 nein Nicht so, so nicht, so nicht, mein Freund So nicht, meine Freunde der Nacht Nicht so, vergiss das Ja Wir machen jetzt erstmal einen schönen großen Abflug So Ah, dann ist es Cäsarchen, okay Und Ciao Stimmt, übermute ich, wenn ihr fliegen geht Alter, hör auf mal, mein Oh, oh Ciao Oh, oh Schwindet doch mal alle hier Miteinander Nein Wie ist das möglich? Ganz einfach, was das möglich No, also, perfekt Ach, Leute Nervt mich mal jetzt nicht hier, Alter Jetzt haut doch mal alle ab hier Ihr verdammten Hunde Hau doch mal ab Ja, hau doch mal ab, blöder Dreckszöldner Du nervst gerade, weißt du das? Ach, verzieh dich doch mal, Alter Hau doch mal ab, blöder Dreckszöldner Ja 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 Ja